Aha, es tat nicht so weh, ich gehe mal so richtig, so mit ganzer, nicht mit ganzer Kraft, aber schade, okay, ich konnte jetzt gar nicht, also Anna, was spielen wir, wir spielen heute Minecraft, Minecraft, genau, und zwar bauen wir heute auf dem DustMC Server Master Builders, gehen wir mal rein, und ja Anna, heute war ja dein erster Schultag, ne, warum bist du so traurig? Ich bin noch nicht traurig, welche Klasse bist du denn jetzt? Vierte, vierte Klasse, und wo waren wir gerade eigentlich essen? Bei Subway, ja, wen interessiert das? Wie, wen interessiert das? Meinen Zuschauern interessiert das, by the way, Leute, das letzte Video mit Anna hatte, wie gesagt, fast 30.000 Likes, wie viele Likes sollen die diesmal schaffen? 8.000, 8.000? Letztes Mal hast du 500 gesagt, 8.000? Ja, Leute, packt ihr das, schaffen die das? Ja, ja, schaffen die, okay, vielleicht auch nicht, Vielleicht auch nicht, ne, das liegt an euch, ja, wie, äh, die Runde geht jetzt auch los, oh mein Gott, Patrick in der Runde, krass, Alter, ne, ist schon heftig, ne, okay, das Thema ist Villa, weißt du, was eine Villa ist? Hab ich gehört, aber, das ist ja ein großes Haus für Reiche, ah, also du musst ein Haus bauen, soll ich dir die Materialien reinballern, also, in der Villa, Anna, brauchst du, ähm, nee, Schnee nicht, sondern, Block auf Quarz, sieht sehr villahaft aus, damit könntest du an sich eine Villa bauen, mit diesen zwei Materialien, okay, meinst du, schaffst das? Muss die Villa groß sein? Nein, muss nicht groß sein, okay, dann, fliegen, das weiß ja schon, wie das geht, ich glaub, ich, so, hier, ja, du sollst den Block schon setzen, muss jetzt ein bisschen nach unten gehen, Ja, ich hab wieder angefangen mit Training, ja, richtig, Anna, ja, aber nicht so hoch, Anna, wie willst du das denn alles ausfüllen? Schaffst du das? Was machst du das? Erklär uns, Anna, was du hier machst gerade, was ist so dein, was ist so dein Gedanke? Ich mach grad deine Villa. Ja, ja, aber wie willst du die bauen? Ähm, ja. Anna, du bist grad so konzentriert, meinst du, schaffst das zu gewinnen? Du hast nur drei Minuten Zeit, ne? Äh. Ja, was, ey, hast du gesagt, du hast länger Zeit? Ja, wer schafft bitte eine Villa für... Was? Ja, noch drei Minuten Zeit. Meinst du, das schafft keiner in dieser Zeit? Bist du dir sicher? Ja, es gibt verrückte Leute auf dieser Welt, Anna, die können das schaffen. Okay, jetzt auch nicht so groß. Ja, du hast aber auch, guck mal, was du gebaut hast, wie groß das ist. Das ist viel zu groß. Zu groß. Jetzt mach das nicht kaputt, jetzt zieh durch, mach weiter. Guck mal, du hast nur drei Minuten Bauzeit, hast du grad gelesen? Kannst du überhaupt lesen? Ja. Bist du in der vierten Klasse, ne? Lernt man doch schon lesen. Ja. Brauchst du eigentlich jetzt für Mathe einen Zirkel? Ja. Ja, war so alles mit Ja, aber bin ich dumm? Ein bisschen. Bist du dumm? Nein. Ne? Bist du hyperintelligent? Ja. Kannst du eigentlich Klavier spielen? Nein. Wie nein? Du hast du letztens ein Konzert gegeben, warum lügst du? Ich hab doch kein Konzert gegeben. Ja, so Weihnachtskonzert halt. Ich hab das Konzert. Hä, vor einem Jahr das? Bist du wie doof? Das hast du doch Schwannsee gespielt. Ich hab Schwannsee. Ja, Schwannsee. Ja, doch Schwannsee gespielt. Das sind nur zwei Minuten Zeit, ne? Leute, meine lieben Freunde, wollt ihr, dass Arna eine Folge Empire spielt? Dann lasst es mich wissen. Ihr wisst, was zu tun ist, ne? Und nicht wundern, ich hab gestern bis sieben Uhr morgens geschnitten und dann ein bisschen gepennt und wieder aufgestanden. Meine Schwester von der Schule hat geholt. Deshalb sind meine Haare noch nicht gemacht. Anna, du brauchst noch ein Dach, ne? Meinst du, eine reiche Person, die sehr viel Geld hat, würde sich das kaufen? Ja. Warum glaubst du das denn? Weil, das ist ja cool. Das ist cool? Wie, auf der Skala von 1 bis 10, wie cool ist das? Bis wie viel denn? Bis 10. Ist das super cool? Ja. Mit töten? Magst du das? Ja oder nein? Bisschen. Bisschen, ne? Aber wollen wir mit schummeln oder ohne schummeln machen? Mit. Mit? Weil du ohne wahrscheinlich keine Chance hast, ne? Also wenn Arna es schafft, nicht letzter zu werden, dann darfst du mir eine, eine, eine schlagen, okay? Du hast ja hier, gleich musst du bewerten, die anderen Häuser und deines auch, so, welches besser ist halt, ne? Und, äh, die Sache ist halt die, dass, naja, ja, die Sache ist halt die, aha, das Mikrofon übersteuert, dass, wenn du nicht letzter bist, 30 Sekunden, meinst du, schaffst das? Ja, gib alles, komm, los, 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 Anna, was machst du da? Ja, ich mach irgendwas, ich hoffe, dass es meins schön ist. Dass es dein schön ist, du musst dich beeilen, Anna, du hast nicht mehr so viel Zeit. Hast du das echt? Ja, guck, ich bin schon fast fertig. Du bist fast fertig, ja, also wenn ich reich wäre, ich würde mit definitiv dieses Haus, er ist vorbei. Nein! Wer das nur da hätte? Nein! Mal gucken, welches ist das schön. Ja, du musst es bewerten, geh nach vorne. Wie? Guck dir das an, findest du das schön? Ja. Dann gib, äh, nimm das hier, wähl das hier aus. Ist das die drei? Ja, und jetzt rechtsklick. Super, du hast ihm super, aber findest du das echt so schön? Ja. Okay, dann, das nächste, geh nach vorne. Äh. Findest du das schön? Ja! Dann, dann gib ihm auch ein. Also das ist super, das ist das Beste und je mehr, also das Rot ist schlecht, je mehr in deinem Mund du dahin gehst, desto besser ist das. Und Lila ist das Beste. Ich denke, ich bin komplett geistig behindert, wenn die gleich das Gebäude sehen. Findest du das hier? Äh, nicht so. Nicht so, dann gib ihm doch das Gelbe oder das Rot. Gib ihm mal das Rote. Nein. Eins, schrecklich. Ist das schrecklich gebaut? Ja. Ja, gib ihm eins schrecklich. Ich mach schon mal vorbereiten. Vorbereiten? Ja. Weil vielleicht ist das ja schön, das nächste. Ja, vielleicht ist das nicht so schön. Wie findest du das? Oh, super. Perfekt findest du das? Ja. Kann man das gar nicht mehr besser machen? Nee? Ist das schon perfekt? Ja. Kann man gar nicht mehr besser machen? Nein. Also geht gar nicht. Doch, kann man, aber das sieht trotzdem schön aus. Ja, trotzdem. Okay, geh nach vorne. Ähm, das sieht dumm aus. Was? Und das findest du hässlich? Ja, na klar. Boah, schrecklich. Gib dir, du hast gar keine... Da ist kein Dach. Du hast... Ja, bei den anderen, alle haben kein Dach. Gleich, komm mal gucken, welches kommt. Gleich kommt deins. Schämst du dich schon ein bisschen? Ah. Findest du das? Doof. Schrecklich? Ja. Findest du das so schrecklich? Ja. Gib ihm doch wenigstens das Orange, ne? Jetzt kommt deins. Was? Jetzt kommt deins. Haben wir viel Zeit? Ja, geht. Drei gebe ich ihm. Drei? Okay. Ja, gib schnell, gib schnell. Okay. Okay? Findest du okay? Ich hätte ja locker die Runde gewonnen, ne? Ähm, das sieht auch nicht... Oh, das sieht gut aus. Was würdest du da geben? Perfekt? Ja. Kann man das gar nicht mehr besser machen? Hä, doch, aber das sieht schon mal gut. Ja, aber dann gibt man kein Perfekt, dann gibt man blau. Jetzt kommt deins. Weiß doch nicht. Äh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was gibt man da? Wie habe ich dich erzogen? Was gibt man da? Schrecklich. So richtig alt, man so. Andere Meister blieben hier. Schrecklich. Das sieht doof aus. Was gibst du da? Warte, wie viele Minuten oder Sekunden? 8 Sekunden aus einer Zeit zu bewerten. Schrecklich würde es da geben. Eine Drei? Okay. Okay, ist okay, kann man sagen. Ist echt okay. Warte, geh weg, geh weg. Alle gut machen. Nein! Nein, ich kann nicht schreiben! Oh, ich habe Vollbildmodus gewonnen. Was, diese Runde leider? Wir sind nicht Vorletzter. Wir haben Punkte bekommen, Anna. Hä? Das sieht doch dumm aus. Ja, wir sind nicht Letzter geworden. Wir sind Vorletzter. Du darfst mir schlagen. Ah! Ah, es tat nicht so weh. Ich gehe mal so richtig, so mit ganzer... Okay. Nicht mit ganzer Kraft! Aber gib Schaf. Okay, ich konnte jetzt gar nicht. Ah! Ähm, ich muss ein. Heißt das Pro-Bilders? Ich muss ein. Du musst ein, das steht gleich. Öffnet ein. Was musst du... Hier steht es. Ah! Soll ich dir die Materialien geben? Das ist eigentlich relativ einfach. Komm, wir machen mal richtig heftig, okay? Ich helfe dir auch. Weißt du, was das ist? Was kann man mit einer Fernbedienung machen? Fernseh anmachen, äh, Filme schauen, YouTube gehen und alles. Ja, du kannst ausfüllen, Anna. Los, 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 los. Schaffst du das? Ich schaffe dir jetzt. Du hast nur drei Minuten Zeit, ne? Dann mach du. Nein, mach jetzt, komm. Das ist unser Zeitdruck. Kannst du nicht gut mit Druck arbeiten? Du schaffst es, Anna. Komm, das ist nur eine Fernbedienung. Es ist nur eine Fernbedienung, die du da bauen musst, Anna. Oder war... Du sollst das nicht so doppelt machen? Ja. Du sollst nur eine Fläche ausfüllen. Komm, das schaffen wir. Eine Fernbedienung. Da vorne, los. Fernbedienung. So, komm. Und jetzt? Ja, da vorne noch ausfüllen. Ja, aber meinst du, eine Fernbedienung hat die ganze Zeit nur solche Knöpfe, keine Variation? Meinst du, das sieht so eine Fernbedienung aus? Also, dann sieht das nämlich nicht gleich aus. Wieso hast du dich jetzt entschieden, da hinten braunen jetzt zu machen? Weil nur weiß sieht dann doof aus. Findest du? Also, wenn Anna, wenn du es schaffst, jetzt füll aus. Du hast nur zehn Sekunden Zeit. Nimm Spaß, nimm Spaß. Platziere. Und da hinten auch. Wenn jetzt Anna nicht letzter wird, dann darfst du mir... Nimm jetzt die braunen auf drei. Und jetzt platziere dich schnell. Komm, zack, zack, zack. Du hast es noch geschafft. Wenn Anna nicht letzter wird... Hä, wir haben auch noch grad Subway. Ähm. Ähm, das musst du bewerten, Anna. Oha, guck mal, Fernbedienung und Fernseher hat er gemacht. Guck mal, das hat Fernbedienung und Fernseher gemacht. Oha, wie hat er den Menschen gemacht? Okay, mach mal perfekt, oder? Rechtsklick. Äh, was ist das denn? Oh mein Gott. Schrecklich. Oh mein Gott. Eins, eins. Ist ja schrecklich geworden, oder? Ja. Das ist gar nicht schön. Der hat nur Schilder draufgetan. Das sieht super aus. Super, super, klein und rund, schnell im... Nein. Ist das so schön? Ja. Das ist der Ritter? Ja, der Ritter. Du darfst mir eine Schelle geben. Au, du übertreibst voll. Ja. Okay, ich gebe dir ein Eis aus, okay? Okay. Wollen wir losfahren? Ja? Okay. Okay, meine Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr mit Anna sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Heute erster Schultag. Warte, der beste erster Schultag überhaupt, oder? Das war normal. Die haben nur gemalt. Ja, aber ich hab die Subway und jetzt haben wir ein bisschen Minecraft-Spiel. Das ist ein schöner Tag, oder? Jetzt geht's gleich ab und ans Lernen, oder? Sollt ihr alle den Kanal abonnieren? Ja. Abonniert den, weil dann seht ihr mehr von ihr. Und ja, lasst gerne, wie viele likes hast du gesagt? 8000 oder so, ne? Schaffen wir, ne? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Winke, winke. Winke, winke. Winke, winke.